FUN, 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 FUN! Egal. Kommen Sie endlich aus sich heraus, wenn Sie schon in Bewegung sind. Unsere Natur subventioniert so ein T-Shirt mit... TAP, TAP! Wer hätte das gedacht? Und so wird das T-Shirt wie die Energie hochgehalten. Künstlich hochgehalten und teuer gemacht. Und dann teuer gelassen. Bis wir unsere Gelassenheit vor den Auslageständen wieder verlieren und uns in Auslagen stürzen. Die wenigstens nicht splitteren. Die uns nicht verletzen, die uns aber am Ende uns selber wegnehmen. Und schon morgen wird es uns nicht mehr gefallen und uns nichts mehr wert sein. FUN, 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 FUN! Das durchschnittliche T-Shirt wird 1,4 Mal im Leben getragen. Nicht in Ihrem Leben. In seinem, das arme Ding. FUN, 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 FUN!